Hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht bin ich ein bisschen weiter weg geflogen und zwar nach Florida, zu dem südlichsten Punkt von Amerika. Weil hier habe ich noch für euch keine Rundreise gemacht, verschiedene Parks, SeaWorld, Daytona und und und. Also seid auf die Videos gespannt, auch auf meinen anderen Kanal. Deswegen dauert das noch ein bisschen mit der Unboxing-Geschichte. Und von hier aus schöne Grüße, kommt hin und schaut zu.